Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Daniel, Philipp, erste Runde gepackt. Zuerst einmal, ja, was geht ihr euch vor? Noch total aufgeregt, war ein hartes Spiel. Wir haben gekämpft, aber letztendlich, ich glaube, wir haben es verdient. Wir haben uns gut vorbereitet und haben es auf den Platz bringen können. Ja, vorab erstmal ein riesen Kompliment an Kickers Büchig, den wahnsinnigen Kampf gegen uns geliefert. Auch wirklich ein ganz großes Kompliment an die Kumpels nach Büchig. Und ja, natürlich genial, so einen Sieg hier mitzunehmen. Wir haben wahrscheinlich oder vermutlicherweise dann in der zweiten Halbzeit einfach einen Tick besser gespielt, schlauer. Und daher meiner Meinung nach der Sieg auch verdient gewesen. Ja, es hat nicht optimal für euch begonnen. Wie habt ihr das Spiel drehen können? Wir sind generell eine sehr, sehr gute Mannschaft, was die Moral angeht. Wir haben in der Runde schon viele Spiele gehabt, wo wir drehen haben müssen. Und ich denke, da war auch ein bisschen Erfahrung dabei aus der Runde. Ich kann nämlich nur anschließen. Also wir haben uns schon oft aus solchen Situationen retten können. Und wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel durchgezogen und hatten auch natürlich auch Chancen, die wir uns gut rausgespielt haben. Und von dem her finde ich es verdient letztendlich. Ja, was rechnet ihr euch für Chancen aus für die nächste Runde, beziehungsweise das Relegationsfinale gegen Malsch? Also aus meiner Sicht, ich glaube, 50-50. Wir kennen Malsch nicht. Sie kennen uns wahrscheinlich nicht von dem her. Aber es wird ebenwürdiger Kampf wie heute, nehme ich an. Sie haben Pflegen rausschießen können, wie er büchig. Von dem her ausgeglichen, finde ich. Bin gespannt. Ja, ich kann mich da auch wieder nur anschließen. Ich denke, es wird ein wahnsinnig geiles Spiel für uns. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Viele davon haben sowas noch nicht erlebt. Und von daher, wir freuen uns riesig drauf. Wir werden jetzt nochmal zwei Trainingseinheiten durchziehen die Woche. Und dann geben wir 110 Prozent für den SVH. Ich danke euch vielmals für das Interview und wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen.